Hallo zusammen, ich bin Thomas und darf mich euch als neuer Schweizer Örgeli-Lehrer vorstellen. Meine Wurzeln liegen im schönen Escherbach St. Gallen. Und Örgeli begleitet mich so 16 von meinen 24 Lebensjahren. Wenn ich nicht gerade im Studio von Örgeli-Meeting am Aufnahmemachen bin, entdecke ich fremde Orte auf dieser Welt. Natürlich darf dabei dieses wunderbare Instrument nicht verhellen. Ich freue mich, meine Leidenschaft an der Musik auf diesem Weg weiterzugeben. Wir sehen uns Ende September im ersten Lernmedium. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017